Stilau Palace, guten Tag! Ich wünsche Ihnen, dass Sie heute zu sich sagen können, ich will mir und anderen Freiraum zum Wachsen geben. Wer wachsen will, wird hinzulernen müssen und wer hinzulernen will, wird Fehler begehen. Ich will ab heute mit meinen und den Fehlern meiner Mitmenschen leben. Aber ich werde aus allen Fehlern lernen und auch dafür sorgen, dass meine Mitmenschen aus ihren Fehlern lernen. Nachdem mir klar geworden ist, dass meine Kunden mir meine Fehler verzeihen, wenn ich ansonsten glaubwürdig bin, werde ich immer stärker darauf achten, mir meine Glaubwürdigkeit jeden Tag neu zu verdienen. Ich werde ehrlich und pünktlich sein, werde klare Vereinbarungen treffen und mich daran halten und meinen gesamten Lebensstil so einrichten, dass ich mich selbst respektieren und achten kann. Ich übe also. Auch heute will ich an erster Stelle in meine Glaubwürdigkeit investieren. Tschüss, bis morgen!